Musik Ja Dankeschön Liebe Liebe Gartenfreunde Liebe Gartenfreunde Ich sag ja sonst für nix nein So auch heute Für halten dieser Rede Nächstes Jahr müsste das dann mal wieder ein anderer Ich möchte sagen berufenderen Machen Liebe Kleingärtner Innen Liebe Kleingärtner Innen Ihr wisst, dass ich kein großer Festredner bin Dennoch bin auch ich immer selbst überrascht, dass ich sehr zum Leidwesen von viele kein Freund von Kurz zu reden bin Wenn sich also einer von euch noch ein bisschen frisch machen möchte Ein Gartenjahr hat sich wieder mal zur Neige Ja, genau Dankeschön Aber ein vorläufiges Ende war bereits in August absehbar Zeit also für eine Inventurrede zu halten mit all seinen Höhen und auch Tiefen, was heute beiläufig von mich angesprochen wird Und muss 2007 war für uns alle besonders ein Frühjahr Wo die Tulpen Forsizien und auch die Hyazinensprossen Und ein spätes Frühjahr mit den weitläufigen Ausschlagen von der Knöterichhecke bei den Viertels Die ja seine Hütte total mittlerweile übernommen hat Die deswegen auch mal wieder einen zackigen Schnitt gut hätte Das aber nur nebenbei an die private Adresse von den Heizvierteln Nur als Vorschlag, der hat ja auch selbst weiß noch zu schätzen Und besonders herausheben möchte ich die Parzelle von Liesel Kösters Die ja auch den Sommerpreis von der gepflegtesten Parzelle errungen hatte Die ja leider momentan mit Bauchspeicheldrüse in der Knappschaft liegt Zimmer 309 in der dritten Etage links Und man jetzt nicht genau weiß Ob sie auch wieder mit Bauchspeicheldrüse herauskommt Vielleicht auch biske mit ihrer Leber In Schuld wären das ihre Gallensteine gewesen Die nun von der Knappschaft entfernt worden Wurden Und ihr bitte alle Gerüchte betroffen entgegentretet Dass die neue Wegbeflasterung irgendwie ursächlich mit die Galle jetzt in Zusammenhang wäre Dass der Preis deswegen an Liesel gegangen wäre Was Quatsch wäre Ist Kommt das denn noch her Wahrscheinlich oben Satz noch nicht zu Ende gewesen, weißt du? Liebe Gartenfreunde, ich habe es schon ganz zu Anfang von der letzten Saison gesagt Alarmanlagen bitte nur von Fachleute einbauen lassen Sonst macht dich jede Maus oder Katze oder sogar nur Taube die ganze Gegend am Wackeln Gestern Nacht ist wieder mal die Feuerwehr mit zwei Züge und Notarztwagen bei Anton und Erika angerückt Und fanden nur ein kopulierendes Eichhörnchen Paar vor Gott sei Dank nicht Anton und Erika Die wir das auch nicht mehr zugetraut hätten Ja und Leute, bitte guckt einmal auf die teuren Kugelakazien von der Enne Die hat mit ihrer Rentennachzahlung, weiß Gott, ein Ensemble stationiert Ja, sie hat Wo kommt ihr denn jetzt noch her? Hör mal, Kollege, ich habe extra gesagt, wir fangen pünktlich an mit der Jahreshauptversammlung heute Ich meine, du wärst letztes Jahr auch schon zu spät gekommen Wegen dich muss ich jetzt nochmal wieder von vorne anfangen Ich fange nochmal von vorne an Ne, komm wahrscheinlich Also sie hat auf jeden Fall ein Ensemble stationiert Sie hat das gesamte äußere Erscheinungsbild von unserer Anlage aufgewertet Wenn sie auch selten kommt, besonders im Herbst, wenn es um Blätterfegen geht Ich danke aber auch herzlich die Frieses Ja, liebe Ella Ich weiß im Moment nicht, wo sie sitzt Ich sehe so gut wie Ach da Liebe Ella, ich sage das jetzt mal so Wo wir in eure Parzelle herrliche Sommerabende Ich möchte fast sagen Nächte verbracht haben Mit die Tanzfläche zum Nachteil von eurer Rasenfläche angelegt Und die Theke und den neuen Grill Näh, waren natürlich eine Zeit bei euch im Sommer Liebe Ella Und natürlich auch Kurt Den sich ja leider jetzt mit einer neuen anderen Dame neu orientiert hat Ganz wertfrei unsererseits festgestellt Und somit auch die Kleingartenanlage nach Gladbeck gewechselt hat Wir aber werden dich, liebe Ella, jetzt, wo Kurt nicht mehr da ist Hier mit Sicherheit in Zukunft nicht nur an der Hand packe Zu angehen Aber so eine Inventur hat auch traurige Nachteile So ist unseren lieben Karl Georg von uns gegangen Ihnen lag lange schlecht Und wir haben es Ihnen alle gegönnt Wir haben es Ihnen alle gegönnt Dass er die letzten Tage noch in der Parzelle war Und sich sein Kranz selbst zurechtbiegen konnte Sein Mein Herz hat bis zur letzten Minute für uns Gartenfreunde Ja, für unsere gemeinsame grüne Sache geschlagen Und es würde heute noch am Schlagen sein Wenn seine Prostata mitgeschlagen hätte Schon vor Jahre Heute kann ich es euch ja sagen Hat er mich schon in Geheimen gesagt Josef Wenn das Pinkeln nicht wär Ich hätt pro Tag paar Stunden mehr Zeit Für Kleingartenanlage Bottrop, Baden, Brot, Sü Die Prostata hat ihn nicht nur die Zeit gestohlen Jetzt auch noch das Leben Und mehr hat man im Allgemeinen ja in der Regel nicht Liebe Kollegen Ich hab euch vor der Sitzung schon gesagt Ich muss heute leider noch nach dem Arzt Selbstverständlich werde ich euch Das Ergebnis von den Untersuchungen Direkt nach meinem Besuch dort mitteilen Mit euch aber schon mal ab In eine Parzelle von die Sabine und den Heinz Die wir ja heute in alle Freundschaft Freundlichst aufnehmen wollen Mit ein dreifach kräftiges E-Foi-Hoi-Hoi E-Foi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi-Hoi- Ah, die Knalltüte wieder. Denkt auch, einmal 10 Euro abgedrückt, ganze Quartal ein Fahrgestell hier im Wartezimmer parken. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Aber geht hier gar nicht weiter. Ist hier Pause oder was? Wie lange wartest du schon? Stunde? Ach, du Scheiße. Eine Stunde? Ja, wenn du was hast. Stell dir mal vor, wartest eine Stunde und hast nix. Werner, ich guck schon die ganze Zeit. Bist du's? Ja, sicher. Werner? Oh, scheiße, hab ich ein Kreuz so. Werner? Wie is it? Hör mal, warst du an die Kleingartensitzung heute Abend? Keine Zeit. Ja, keine Zeit. Was hast du? Bist Stunde vor mich dran jetzt. Nervenzusammenbruch? Ach, du Scheiße. Ach, nur an den Beinen. Werner, das wird wieder. Aber jetzt, wo du mich fragst, Werner, ich bin ja aktuell hier. Kreislauf. Werner, ich steh heute Morgen auf. Ich denk, ich denk noch. Boah, was ist sich Schäppchenkopp. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So Watte in der Birne. So Eier in den Beinen. Ich war gar nicht her über meine Gewalt richtig. Zer Inge, Kreislauf. Mess. Ja, Inge misst am Essen und sagt nix. Guckt mich nur an und sagt nix. Ich sag, Inge. Ich sag, sag nix. Ich seh schon an deinen Ausdruck. Kreislauf. Ich sag, komm, sag es. Ich steh mit beiden Beinen fest auf der Erde. Sag es. Jupp, dein unteren Blutdruckwert ist wieder mal höher wie der obere. Und durch den hohen Puls geht dein Herz auch noch schneller. Ja, da kommst du aber beim Simulieren und Kopulieren. Das sag ich dir aber nur. Boah, ich sag, Inge. Lass den Arzt kommen. Ich brauch Invasion oder sowas jetzt sofort. Ne, sagt sie. Jupp, schlepp die lieber selbst hin. In die Praxis. Sagt er, die Maschinen und die Apparate. Da wird dich geholfen. Schlepp die lieber selbst hin. Ja, ich sag, ich muss vorher noch nach der Kleingartensitzung. Ja, schlepp die erst nach der Kleingartensitzung. Und dann schlepp die nach dem Arzt. Ja, guck jetzt. Wie eine Stunde nach die dran, Werner. Kannst du mir ja vielleicht vorlassen als alten Kumpel, was? Ziegst du ja nicht rum jetzt, ne? Warst du ja immer nicht ein Freund von mich, Werner. Ich dachte erst, es wäre Grippe, weißt du? Ich habe ja letztes Jahr Grippe überschlagen. Ja, da war zu viel zu tun, die Garten. Und dies Jahr Grippe ist ja schweinegefährlich. Dies Jahr Grippe ist ja schweinegefährlich. Chinesische Geschichte. Ja, kein Platz in China. Zack, die Virus in den Billigflieger, schon sind sie hier. Ja, es ist nur durch die Billigflieger. Es ist nur durch die Billigflieger. Die, die selbst geflogen sind, sitzen auf Rügenfest. Und der Ministerpräsident Rüttgers, der soll ja extra paar hundert Ampullen für Impfung, für Leistungsträger unserer Gesellschaft, also prominente Multiplikatoren und Kommunikanten, also Kleingartenpräsidenten, Bürgermeister und Professoren, an eine Seite gelegt haben. Nicht, dass wir jetzt unser kleines, prominentes Leben retten, sondern, dass wir in einem Fall von einem Super-GAU durch die chinesische Grippe unsere Leistungsbereitschaft nochmal kurzfristig genetisch fortpflanzen, wenn du verstehst, was ich meine. Jetzt wollte ich mich gar nicht mehr fortpflanzen. Und Inge war ja auch schon auf Eierstöcke im Bad Salzufeln. Aber dann habe ich heute Morgen doch nach reiflicher Überlegung gesagt, also, wenn mich eine entsprechende Dame zur Verfügung gestellt wird, dann mache ich das für Deutschland. Ja, so sind wir in Bottrop. Immer leistungsbereit. Werner, wenn ich den korridalen V... Wolltest du noch Werner sein, oder soll ich den anderen Werner nehmen? Hältst du das durch? Brauchst nichts machen, immer nur nicken. Und nicht einschlafen. Obwohl gestern Abend, der ist eingeschlafen hat, aber weiter genickt hat. War auch in Ordnung. Werner, wenn ich den... Wenn ich den korridalen V-Schlag nicht gemacht hätte, wäre ich gar nicht... Kennst du gar nicht Korridalen oder guckst du immer so? Ich kann dir erklären. Korridalen V-Schlag ist sehr nah. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Vor vier Jahren... Lass es fünf gewesen sein. War ich ja beim Malteser im Erste-Hilfe-Kurs. Also als Fortgeschrittener jetzt. Also Zweite-Hilfe-Kurs, kannst du sagen. Und der Malteser sagt ja, in jedem Korridor, deshalb Korridat, in jedem Korridor gehört ein Feuerlöscher und ein Fibrillator. Hör mal, du lachst aber über jeden Scheiß. Das war wirklich unangenehm. Also, unglaublich. Fibrillator, genau. Wie komme ich denn jetzt auf Fibrator, Mensch? Oh, mein Kreuz so. Fibrator. Ach, jetzt erinnere ich mich wieder. Hat Weiberfasnacht, hat mich einen Witz erzählt. Warum gibt es Männer? Weil ein Fibrator den Abfall nicht runterbringt. Aber ich meine, ich finde das nicht witzig. Tut mir leid. Ich kann über so eine Witze keine lachen. Das ist, die sind ja eindeutig männerfeindlich. Aber typisch Weiberfasnacht, männerfeindliche Witze soll. Wie komme ich jetzt da drauf? Ach so. Und was ein Herzfibrillator elektrisch macht, das kannst du mit einem Faustschlag selbst. Und zwar habe ich das gesehen, Werner, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Vor vier Jahren, lass es fünf gewesen sein, war ich ja morgens faktisch klinisch tot, kannst du sagen. Ich war sowas von tot, das kannst du dich gar nicht vorstellen. Also sowas von tot. Also wir haben direkt Notarztwagen gerufen und ich war sowas von tot. Also ich konnte mich mit dem Pfleger in Notarztwagen gar nicht richtig unterhalten. Also ich weiß nur, wie er sich über mich beuchte und nur ein Wort sagte. Tinnitus. Oder Exitus, das weiß ich jetzt nicht genau. Eins von beiden. Und da wusste ich, das kann nur die letzte Stunde bedeuten. Und dann sind wir ja auf Intensivstation nach der Knappschaft gefahren. Werner, und auf Intensivstation von der Knappschaft, die haben ja keine geschlechtliche Unterscheidung. Nein, die haben keine, ich meine, da hast du auch andere Sorgen, wenn du da einmal gelandet bist. Und wann hast du mal das Glück, dass da kam Nebel oder Maria Helwig neben dich liegt. Das Glück hast du auch nicht. Und neben mich lag ja die Oma Schwalzig. Die Mutter von Heini Schwalzig, kennst du noch, ne? Werner, und die hatte so eine besondere Atemtechnik. Die hat immer sehr lange und sehr laut eingeatmet, dann aber nicht wieder ausgeatmet. Aber nach drei Minuten hat sie wieder sehr lange und sehr laut eingeatmet. Muss sie in der Zwischenzeit heimlich abgeatmet haben. Über die Niere oder über die Schleimhäute. So wie du jetzt sagst, weiß ich schon, an was du denkst. Du bist im Ferkel, das sag ich dir ganz offen. Und die erste Nacht hatte ja den Krankenpfleger-Schüler Carsten Nachtdienst. Den kenne ich noch von früher, von der Straße, der sagt, Onkel Jupp für mich. Und der sagte direkt, Onkel Jupp, so eine Atemtechnik wie die von Oma Schwalzig haben wir in der Schule noch gar nicht gelernt. Ich bleib die ganze Nacht am Bett, da zieh ich mich rein. Die hab ich dann morgen selbst beherrscht. Ich sag, Carsten, mach keinen Quatsch, dein Leben ist kurz. Ich sag, geh dem Schwestern, sieh mal Rudi ein bisschen ausgucken, ein bisschen Fernsehen. Ich bin da so und so die ganze Nacht hier. Nee, das war Onkel Jupp, ich bleib die Nacht. Und der ist die ganze Nacht, ist der am Bett, sitzt. Und die Nacht drauf hatte ja den Ralf Vitschorek-Nachtdienst. Da ist er ganz alten, erfahrenen Intensivpfleger. Ja, äh, ein ganz alten, erfahrenen, der ist schon auf Intensiv geboren. Ein ganz alten, in Hörser-Abend schon an seinen alten, erfahrenen Gang über den Flur. Und dann steht er so in der Tür von der Intensivstation, lässt seinen alten, erfahrenen Blick kurz sondieren. Sagt, na, am Jungs tritt, sie umgeht in den Schwesternzimmer, sie ist die ganze Nacht nicht mehr. So einen alten, erfahrenen. Und jetzt hatte der ja bei seinem sondierenden Blick die besondere Atemtechnik von Oma Schwalzig gar nicht mitgekriegt. Die hatte zudem, der hatte zudem ja nicht mitgekriegt, dass die Oma Schwalzig ja schwer unter Nestelsucht gelitten hat. Nestel, nicht Nestel. Nestel, bitte. Nestelsucht. Nestel, die hat immer an sich genestelt. Also nicht an sich jetzt, an der Bettdecke oder am Schlafanzug oder was, hat sie gerade ins Bett geworfen, das alte Sockenhandtücher oder sowas. Verstehst du? Hat die immer dran genestelt. Und wie der Teufel nicht will, just in die Nacht kommt die mit dem Finger an eine Ableitung von elektrischem Herzkranzgefäßgerät. Alarm. Hört ihr schon den erfahrenen Gang von den Ralfi Zeug im Flur? Steht der so in der Tür von der Intensivstation? Lässt seinen alten, erfahrenen Blick. Ich sag, Ralf, was guckst du lange, das war die Oma Schwalzig, die mit den Fingern an eine Ableitung von elektrischem Herzkranzgefäßgerät kommt. Macht den scheiß Alarm aus, wäre ich ganz nervös bei. Jupp, halt die Klappe, du bist hier Patient, ich bin Pfleger. Er wieder seinen erfahrenen Blick. Ich sag, Ralf, was guckst du lange, das war die Oma Schwalzig, die mit den Fingern an eine Ableitung von elektrischem Herzkranzgefäßgerät kommt. Macht den scheiß Alarm aus, kann ich lieber einschlafen. Jupp, jetzt reicht es bald, ihr geht um Leben und Tod, wenn ihr jetzt die Klappe hältst, fließt raus. Ich die Klappe gehalten, er mit seinem erfahrenen Blick, kommt er endlich auf das Gerät von Oma Schwalzig, sieht Alarm. Guckt auf Oma Schwalzig, Atemstillstand. Wie die ja alle drei Minuten Atemstillstand hatten. Er geht mit seinem erfahrenen Gang auf das Bett von Oma Schwalzig, macht die Brust von Oma Schwalzig bis hinfrei, ballt die Faust und haut die Oma Schwalzig mit der Faust mitten auf dem Brustbein. Jetzt hat die ja nichts gehabt. Die erschreckt sich, guckt hoch und sagt, Witsche, das machst du auch nicht nochmal mit mir. Ich sag, Ralf, hab ich dich doch gleich gesagt. Jupp, halt die Klappe, sagt er, dann ist der Korridor ein Faustschlag, das brauchte ich jeden Morgen. Ach, deshalb komme ich doch auf. Das war den Korridor. Interessiert dich gar nicht, Robert. Lass mich doch nicht die ganze Geschichte erzählen. Ich bin doch nicht für Unterhaltung vom Wartezimmer da hier. Ja, du bist wie ein Wenner, du. Passt du da an der Ecke ein bisschen auf. Bei dich, da mogeln die sich vor. Was sie sagen, die gehen auf den Klo und dann sitzen sie beim Doktor rum und wir sitzen uns hinter den Hinternmund. Passt du da auch ein bisschen auf an die Ecke. Da gehen die durch. Was sie sagen, die gehen auf den Klo und dann sitzen sie beim Doktor. Und wir warten hier. Passt ihr Bein ein bisschen. Halt du das rechte Bein raus, du das linke. Fliegen sie mir nicht auf Schnauze, wenn sie da vorbeigehen. Nur Käseblätter hat er hier. Hat er keine intelligenten Patienten oder was? Gala, Frau in Koma. Fogü, was ist das denn? Fogü. Ich habe noch nie gesehen. Fogü. Wahrscheinlich türkisches Käseblatt. Elli, ich gucke schon die ganze Zeit. Bist du es? Ah, habe ich das sofort gesehen. Elli, ich kann mich gar nicht bücken. Grüße, gestern habe ich über dich gesprochen. Ich war bei einem Orthopäden in der Stadt und er sagte, du wärst gar nicht mehr seine schlimmste Patientin. Ich wäre das jetzt. Elli, ich weiß nicht, ob er dich das erzählt hat. Ich habe ja, ich habe ja zwei Wirbelsäulen. Ich habe Hals- und Lendenwirbelsäulen. Das wäre an sich noch nicht dramatisch, aber bei mich sind beide hinten. Das wäre statistisch ganz unglücklich, sagt er. Oder statisch, das weiß ich jetzt nicht. Er meint, ich müsste ganz auf Schnauze liegen eigentlich. Ja, ich sage, Doktor, reine Disziplin. So sind wir im Bottrop. Immer auf rechten Gang, immer leistungsbereit. So ist das in Ruhrgebiet. Gut siehst du aus. Braucht man sich sicher keine Beschwerden mehr zu machen. Siehst du, Werner, man trifft immer einen, muss nur Augen aufhalten. Praxis ist ein richtiges Kommunionszentrum, sage ich ja. Gott sei Dank brauchte ich kein Bussi-Bussi machen. Boah, ich hasse das, dieses dauernde Bussi-Bussi. Das geht mir auch in den Sack. Überall, wo du einen triffst, Bussi-Bussi. Boah, früher hast du die Hand gegeben, war gut. Heute machst du Bussi-Bussi. Bei manchen weißt du gar nicht, wie oft du da an dir rumschmatzen sollst. Bei manchen musst du den ganzen Tag freinehmen, nur um so eine Begegnung zu gestalten. Bussi-Bussi, du. Boah, ich kann da nicht ab. Ich hasse das. Ich mache direkt Augen zu Schulter hoch. Abwehrhaltung. Ich kann da nichts für. Augen zu Schulter, reflektorisch, Werner. Augen zu Schulter hoch. Ist auch blöd, siehst ja nichts. Landest du auf der Brille von deinem Gegenüber, denkst du, oh, die hat aber kalte Backe heute. Ja, du siehst ja nichts. Ist auch scheiße. Gestern eine Fußgängerzone, ich mache Bussi-Bussi, mache die Augen auf, weil er schon fünf Meter weiter ist. Auch blöd. Stehe da mit mir alleine, mache Bussi-Bussi eine Fußgängerzone. Leute denken doch, ich hätte ein Rad ab. Unangenehm. Aber ich kann da nichts für. Ich mache das reflektorisch. Ich kann da nichts für. Und zwar jetzt hier, wo das nicht weitergeht, kann ich euch ja kurz erzählen. Ich bin posttraumatisch. Das hat mit Post jetzt nichts zu tun. Das hat was mit frühkindlich zu tun. Verstehst du? Ja sicher, ich habe euch doch damals erzählt von der Tante Leni, die den schweren Schlaganfall bei Aldi hatte in Gelsenkirchen. Die hat doch einen schweren Schlaganfall bei Aldi in Gelsenkirchen gehabt. Die hat doch 18 Jahre, den ganzen Tag nur immer Aldi, Aldi, Aldi gesagt. Die Tante Leni, wo der Doktor noch sagte, der nächste Schlaganfall trifft ins Leere. Da ist nichts mehr im Kopf. Weil die Tante Leni, die war ja vor ihrem Schlaganfall in mich als Kind vernaht. Du kannst dich dann nicht vorstellen. Wenn die mich gesehen hat, dann hat die mich gepackt und hat mich von der Fußspitze bis zur Haarspitze an ihre wulstigen Lippen vorbeigezogen. Die hatte so wulstige Lippen, weißt du, wie so vier Strauchtomaten. So eine Lippen hat die ja. Mit einem riesigen Mund drumherum. Ich habe immer Angst gehabt. Ich dachte immer, hoffentlich macht die den Mund jetzt nicht auf und atmet ein. Dann bist du weg, weißt du. So einen riesigen Mund hat die gehabt. Ich kriege heute noch Asthma, wenn ich vier Strauchtomaten sehe. Kriege direkt Asthma. Ich muss, wenn ich vier Strauchtomaten kaufe, vier mal im Laden. Kann die nur einzeln kaufen. Und wenn ich sie dann im Kofferraum aus Versehen wieder zusammenlege, kriege ich Asthma. Das heißt, nur durch den frühkindlichen sexuellen Missbrauch, durch Tante Leni. Ich bin auch nie einen großen Küsser gewesen. Inge sagt auch, Jupp, du bist nie einen großen Küsser gewesen. Aber sonst ging es ja. Sag, warum meinst du denn damit? Ja, ich konnte nie lange küssen, verstehst du? Ich konnte nie lange küssen. Als junger Mensch küsste ich ja schon mal gerne lange. Aber ich konnte nie lange küssen, weil zum Schluss muss ich immer an Tante Leni denken. Und dann habe ich Asthma gekriegt. Und da ist scheiße, wenn du lange küsst, hast du uns so schon schlecht Luft. Wenn du dann zum Schluss noch Asthma. Da ist aber jeder Kuss ein Spiel mit dem Leben. Das sage ich dir. Aber seitdem küsse ich ganz kurz. Zack, zack, bin ich fertig. Merkt er das mal gar nicht, dass ich küsse habe. Zack, zack, bin ich fertig. Ich kann auch so, sagen wir mal, so Schnecken in der Aquariumscheibe, so von innen festgesaugt. Kann ich nicht gut sehen. Ich finde das Wort Saugen noch nicht schön. Auch so Kussmaulfische. Oh, geh mich weg mit Kussmaulfische, du. Ich kann sie nicht sehen. Kriege ich direkt Asthma. Auch so, ich bin auch kein Typ für ein Aquarium so richtig, weißt du. Überhaupt kein Typ für ein Aquarium. Auch so Breitmaul-Nashörner. Gut, die sind ja jetzt nicht im Aquarium, aber trotzdem nicht. Ich kann sie nicht gut sehen. Ich kann sie nicht gut sehen. Bin auch kein Typ für ein Zoo. Aber Aquarium schon gar nicht. Ich habe Fischgastritis. Ganz schwer. Ich habe schwer Fischgastritis. Ich bin algerisch gegen fast alle Fische. Ich mache nur Fischtäbchen und Scholle paniert. Weil die so platt, da können keine Innereien drin sein, weißt du. Inge macht sich lustig darüber. Finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Über Nahrungsmittel macht man sich nicht lustig. Und über Krankheiten schon überhaupt gar nicht. Das finde ich nicht gut. Die sagt, wenn in der Nordsee die Fische alle paniert schwimmen, wird es auch Fisch essen. Das finde ich nicht in Ordnung. Die hat kein Gespür für meine Senderlegalität, verstehst du. Nein, hat sich kein Gespür für. Das finde ich, über sowas macht man sich nicht. Ich sage ja auch nicht, Inge den Schinken, den du gerade isst, hat vorher noch in der Ecke geschissen. Würde ich auch nicht sagen. Würde ich nicht sagen. Ich würde das nicht sagen. Über sowas macht man sich nicht. Aber die hat kein Gespür für meine Senderlegalität. Na ja, mit Fische kannst du mich jagen. Macht er doch nicht. Jetzt will die Inge sich ihre Lippen aufspritzen lassen mit Gelatine. Ja, ich sage, Inge, ich meine, ich habe dich geheiratet, weil du so schmalippig bist. Ich konnte ja keine Frau mit wulzigen Lippen, hätte ich ja ein Leben lang Asthma gehabt. Konnte ich ja nicht nehmen. Inge war die schmalippigste in Bottrop. Ja, was denkst du denn? Ich habe ja drei Jahre gegangen, Frauen nur auf Lippen untersucht. Inge war die schmalippigste. Ich habe nur auf Lippen geguckt. Gut, da geht dir so ein Beckenschiefstand bei durch, das ist klar. Aber Inge war die schmalippigste. Ich sage, Inge, das finde ich nicht in Ordnung. Aber die hat kein Gespür so für meine Senderlegalität. Und dann noch mit Gelatine, Werner, das finde ich noch besonders hinterhältig. Kannst du dich noch an meinen 50. Geburtstag erinnern? Weißt du noch, ne? Ist doch noch nicht so lange her. Da war ja, der war ja auf den Sonntag gefallen. Und da war ich eine Woche vorher, war ich bei den Metzger Bisping. Nicht im Bäcker Bisping, vertu dich jetzt nicht. Bei den Metzger Bisping. Da war ich, ja sicher sind die Verwandte, hörst du am Namen doch schon, Bäcker und Metzger. Ja, die sind verwandt, was fragst du, ist doch egal. Auf jeden Fall war ich bei den Metzger, die sehen sich ähnlich, weil die verwandt sind. Deshalb. Ja, nein, das sind keine Brüder, glaubt mir. Nein, die sind so verwandt, deshalb sehen die sich ähnlich. Aber das sind keine, hat doch mit der Sache jetzt gar nichts zu tun, das sind keine Brüder. Ich sag doch, weißt du, was das sind? Das sind keine Brüder, ne? Das sind, was ist das denn? Was sind das denn? Cousins? Ach, Cousins. Das sind Cousins. Aber ein Ei geschätzt ich mal. Und da war ich bei den Metzger Bisping und hab gesagt, pass auf Metzger. Nächste Woche hab ich 50. Geburtstag, mach mal kaltes Buffet. Und hab ich ihnen gesagt, mach Hähnchenbollen. Mach 100, genau, hab ich extra noch gesagt, mach 100 Hähnchenbollen. Ich sag, Werner kommt auch und die Jungs von der Kleingartenanlage kommen alle. Ich sag, mach 100 Hähnchenbollen. Wir essen sehr gerne Hähnchenbollen. Sagt der Jupp, kein Problem, mach ich Freitagabend schon fertig. Kaltes Buffet mach ich schon fertig, musst du nur Sonntagmorgen kurz aus der Tiefkultur holen. Und Hähnchenbollen mach ich auch Freitagabend schon fertig, musst du nur Sonntagmorgen kurz nochmal eben, einmal in den Backofen schieben, nochmal kurz aufbacken. Ich sag, Metzger, bist du hier ganz gescheit? Ich fähr doch nicht am Heiligen Sonntag und schon gar nicht auf meinen Geburtstag, will ich doch keine 100 Hähnchenbollen aufbacken. Ich sag, ganz komplett vergessen. Dann muss ich leider nach der Konkurrenz gehen. Als ich dann sagte, da fiel es mich ein, dass ich hätte vorher schon wissen müssen, dass ich ein Problem mit denen kriege. Der Metzger Bisping, der fährt ja jede Freitagnacht, fährt er auf seine Yacht in der Eifel. Ja, der hat eine große Yacht. Was guckst du denn jetzt so? Ihr seid nicht aus dem Ruhrgebiet. Ja, pass auf, eine, da muss ich sagen, eine große Yacht. Der hat eine große Yacht. Was hast du denn, hast du schon mal ein Schiff in der Eifel gesehen? Eine große, eine große Jagd in der Eifel. Der schießt das ganze Fleisch, was er verkauft, schießt er alles selbst. Er sagt, er möchte die Rinder vorher glücklich auf Weide stehen gesehen haben. Er möchte die Schweine vorher glücklich im Stall gegrunst gehört haben. Er schießt das ganze Fleisch, was er verkauft, schießt er alles. Die Bauern in der Eifel sind da auch nicht begeistert von. Ballert der die da Freitagnachtse Rinder von der Weide. Jetzt sieht er auch nicht mehr so gut. Letzte Woche wieder Pferdefleisch im Angebot gehabt. Weißt du auch nicht, was für ein Gestütter da rumgeballert hat. Ich warte noch auf den Moment, wo er zwei frische Hasen verkauft und da hängen seine Dackel hinter der Theke. Auf den Moment warte ich noch. Ich sage, Sametzka kannst du komplett vergessen, muss ich leider nach der Konkurrenz gehen. Nee, sagt der Jupp, komm, ehe du nach Konkurrenz gehst, wir machen das ganz anders. Kalte Buffet mache ich Freitagabend schon fertig und Hähnchenbollen, wie besprochen, mache ich Freitagabend fertig. Und brauchst du nicht mehr im Backofen, ich ziehe dich nur eine dünne Schicht Gelatine, ach deshalb komme ich darauf, eine dünne Schicht Gelatine drüber. Dann ist das Sonntagabend wie frisch. Und Werner sagt, du, es war besser wie frisch. Werner, Werner, jetzt zick nicht rum. Es war besser, Werner, ich habe nicht gezählt, du hast sieben Hähnchenbollen gegessen. Acht sogar, ich weiß es zufällig, weil ich genauso viel gegessen habe wie du. Es war besser wie frisch, nur wer viel Hähnchenbollen isst, isst auch viel Gelatine. Was haben wir gekotzt, weißt du das noch? Oh, die ganze Nacht haben wir durchgerödet. Ich sage, Inge, wenn du nicht das Zeug in den Lippen tust, dann ist es vorbei mit der Küsserei. Ja, wäre nicht schlimm. Ja, die hat kein Gespür für meine Sendelision. Dad. Quatschst du mich nicht an, Karl? Du sollst mich nicht mal anquatschen, ich kann dich nicht vertragen. Das ist furchtbar, er quatscht jeden an. Hört nichts, weiß ich. Er geht dann einfach weiter. Gestern in der Fußgängerzone, er quatscht mich an. Ich erzähle gerade von der Fußgängerzone. Gestern in der Fußgängerzone. Ich erzähle die Leute gerade von der Fußgängerzone. Gestern in der Fußgängerzone, er quatscht mich an. Ich will ihnen, ich erzähle gerade, Herrgott, halt doch mal jetzt die Klappe. Ich will die Leute gerade erklären. In der Fußgängerzone, er quatscht mich an, ich erzähle ihnen, was geht da einfach weiter. Weißt du, ich unterhalte mich mit mir allein. Erst stehe ich da mal halbe Stunde, bussi, bussi, haben die Leute schon gedacht, ich hätte ein Rad ab. Hinterher unterhalte ich mich auch mit mir alleine. Dass die keinen Notarzt war, angerufen haben, mich abtransportiert haben. Das war alles da, ne? Ich habe die Leute gerade erzählt von der Fußgängerzone. Quatschst jeden an, furchtbar. Hört nix, 86 Jahre alt, hört nix. Nix, hört nix. Ne, kannst ruhig drüber reden, hört nix. Schon eine dritte Frau unter die Erde gebracht, mit 86. Die Hilde, war das deine dritte? Die Hilde! Die Hilde, war das deine dritte? Vierte? Ah, vierter ist im Anschlag. Man glaubt nicht so. Man glaubt, unser einst tobt da drei Generationen an der gleiche Perle rum. Der hat die vierte im Anschlag. Ja, ja, man glaubt nicht. Das war ne Beerdigung von die Hilde. Weißt du noch die Beerdigung von die Hilde? Von die Hilde, die Beerdigung! Weißt du nicht mehr, wo wir so gelacht haben? Weißt du nicht mehr? Das, hör mal, das war ne Beerdigung, du mein! Hier, der Doktor war auch da, der Doktor war verwandt mit die Hilde. Da musst du ja so ein bisschen Sand in ne Gruft schütten und dann gehst du ja so auf den trauernden Zug kurz umarmen und annullieren, wie man das so macht, weißt du? Na, aber so Schwerhörige, die haben das nicht so gerne, wenn du die im Arm nimmst und die, was im Öhrchen flüstert, die hören ja nix, weißt du? Dann flüstern die von sich aus schon mal lieber los, aber wie so ein Schwerhörigen flüstert. Dann kannst du ein bisschen ergänzen, kich in Buhr heilen, wenn der flüstert, weißt du? Ja, auf jeden Fall, der Doktor schützt ein bisschen Sand in ne Gruft, geht auf meinen Karl los, will den gerade annullieren. Dann flüstert mein Karl los, Doktor, und wen putzt mich jetzt die Treppe? Da war aber Stimmung auf dem Friedhof, das sage ich dir aber. Hör mal, die einen betroffen auf die Erde geguckt, die anderen in die Sonne gelächelt. Der Pastor stand da mit dem Monstranz, war am Schwanken, der war so und so besoffen, aber jetzt kam das noch dazu. Da kam ja alles zusammen, da kam ja alles zusammen. Ja. Und wen putzt mich jetzt die Treppe, du? Ja, pragmatisch, praktisch gut, so war das immer im Ruhrgebiet. Das war ja genau das gleiche mit der Onkel-Ehen. Kennst du noch Onkel-Ehen? Kennst du gar nicht, ne? Das gab es auch nur im Ruhrgebiet und in Saarland. Und zwar, wenn ein Knappschaftsrentner es geschafft hatte, sich lebensaltermäßig über seine Perle hinwegzusetzen. Als Witwer sozusagen. Dann sprach sich das rum im Ruhrgebiet, innerhalb von drei Tagen. Von Schwerte bis nach Kamp-Lindford, von Waltrop bis nach Rheinhausen, an den Sonntag drauf. Dann wurden die lustigen Weiber aus Wanner-Eickel, die wurden aber busseweise, wurden in der Bottrop gekarst, um sich so ein Sonntagsbraten zu schießen. Ja, da wurden selbst die 18-jährigen Nichten aus dem Hochsauerlandkreis, die wurden angekarrt und mussten ihre 86-jährigen Onkels heiraten. Weil, wenn die dann für ein sozialverträgliches Frühableben sorgten, und das war ja nicht schwer, brauchst du bloß morgens an der Kellertreppe mal Beinchen zu stellen oder abends in der Badewanne erschrecken, dann kriegten die die Witwenrente. Bis zum Lebensende. Bis die Knappschaft plötzlich merkte, ach du Scheiße, wir haben ja 300 junge Frauen, die alle unter 30 sind, die haben 50 Jahre Anspruch auf Witwenrente. Da wären die bald pleite dran gegangen. Da haben die gesagt, um Gottes Willen, das darf doch nicht sein. Und dann haben die ein Gesetz erfunden, du musst dann mindestens fünf Jahre mit den alten Herren verheiratet sein, ehe du die Witwenrente kriegst. Da hättest du mal sehen sollen, von wegen Sozialverträge des Frühableben, weil die die morgens schon den Wattebäuschen eingewickelt haben, da da um Gottes Willen die ersten fünf Jahre nichts dran kam. Ja, stell dir mal vor, der nippelt dich nach viereinhalb Jahren ab. Ja, hast du umsonst gepflegt. Ja, aber Schluss. Wie komme ich da jetzt? Ach, durch das Bussi-Bussi, deshalb komme ich da. Hör mal, das schönste Bussi-Bussi, was ich je gesehen habe, das war das von dem Breschneff gegen den Honecker. Kannst du dich da noch dran erinnern? Wo der Breschneff aus seiner Ilyushin aussteigt, läuft die Treppe runter, unten steht mein Honni und du denkst, die mache jetzt sozialistischen Brüderkuss, von wegen. Die fangen sich in der Mitte auf und machen Zungenkuss und hören gar nicht mehr auf. Hör mal, ich sitze da vorne im Fernseher, ich denke, was ist das denn, das sieht mich ja ganz nach Gleichgeschlechtlichkeit aus. Ja, da gab es doch früher noch gar nicht Gleichgeschlechtlichkeit. Da war doch noch verboten, da gab es doch noch gar nicht. Bürgermeister und Modefritz, die waren alle noch strong auf Kurs, da gab es doch noch keine Gleichgeschlechtlichkeit. Ich gucke vorhin in den Fernseher, ich denke, um Gottes Willen, ich blieb mal über dem Herz gestehen. Ich sage, Inge, komm, guck in den Fernsehen, Gleichgeschlechtlichkeit, den Breschneff gegen den Honecker. Kommt die Inge, direkt aus der Küche gerast, guckt in den Fernseher und sagt, ne, Jupp, das hat mit Gleichgeschlechtlichkeit nichts zu tun. Das ist von den Honecker, ist das Hunger. Ja, die hatte ein Biologiebuch gelesen, und zwar, wenn Störche lange ihre Schnäbel so aneinander reiben, dann gibt irgendwann der, der was im Magen hat, den anderen reflektorisch ab. Und jetzt war der Honecker scharf auf das Frühstück von dem Breschneff, hat den erstmal abgesaugt. Elli, das ist die Isabel, die da gerade reingekommen ist. Kennst du die noch? Isabel, von den Ernst, die Frau. Ja, ich gucke die nicht an, die quatscht einen tot im Wartezimmer. Mit dem möchte ich nicht im Wartezimmer sitzen, alleine. Ich grüße sie nicht, ich grüße sie nicht. Ach, Isabel, grüße sie nicht. Schönen Gruß auch an den Ernst. Der ist doch abgehauen letzte Woche. Ja, sicher, der ist im Kutia-Totel, der ist abgehauen. Ich war doch da, steht an der Bar, völlig fertig. Und sie ist sauer. Nicht, weil er abgehauen ist, weil er gar keine neue Perle hat. Ja, so sind Frauen. Die sagt, ich war 20 Jahre mit einem Mann zusammen, den gar keiner andere will. Umsonst drauf aufgepasst. Ja, so seid ihr Frauen. Wir Männer gehen mit unseren Emotionen in so eine Beziehung. Frauen sagen, Mama, ich nehme dich deinen Alten weg, dann bin ich für ein Jahr die Böse. Du kannst sechs Wochen eine Tränen in die Kissen drücken und danach kannst du mal wieder auf Pirsch gehen und gucken, was die anderen Damen alles noch so eine Käfighaltung vorrätig haben. So seid ihr Frauen. Und der Ernst ist völlig fertig. Steht an der Bar, säuft sich ein. Ich sag, komm Ernst, Kopf hoch. Kannst dich jetzt an eine knackige Blondine wieder umgucken. Wir gehören nicht im Beuteschema für knackige Blondinen. Wir müssen mit einem Restkriterium zufrieden sein. Sag, warum meint's denn damit? Ja, Hauptsache kein Mann. Ja, der ist fertig mit den Nerven. Der hat gar kein Selbstbewusstsein mehr. Der hat auch seinen Marktwert in der Ehe nicht gehalten. Du musst in der Ehe deinen Marktwert halten. Guck, noch lächelt sie. Aber frag mal den Moment, wo du pflegebedürftig bist. Dann ist es vorbei mit der Lächelei. Viele Frauen werden sogar grob für einen. Ich sag das dir. Hab ich in der Zeitung gelesen. Werden grob für einen. Viele Frauen werden grob. Man muss einen hohen Marktwert. Ich hab einen hohen Marktwert. Ich hab eine Freundin. Osnabrück. Ich kenn die gar nicht, weißt du. Über Internet. Ich hab Foto von Nachbarsjungen hingeschickt. Sie denkt, ich wäre Medizinstudent im dritten Semester. Werner, wir schreiben uns Mails. So eine Wörter gab es früher noch gar nicht. Abends vorm Fernseher. Unterm linken Knie schreibe ich SMSe nach Osnabrück. Und je heimlicher ich das mache, umso besser sieht die Inge das. Aber sie kann nichts sagen, weil ich es ja heimlich mache. Aber ich merke, wie mein Marktwert steigt. Auch wenn wir in die Stadt gehen, einkaufen. Ich gucke andere Frauen nach. Nicht brutal, primitiv, nix. Stickum. Durch den Mundwinkel quasi. Und ich merke, wie den Inge ihr Kopf am Arbeiten ist. Oh, den Jupp. Da scheint noch so ein bisschen Restglut zu sein. Ja, du lachst. Alte Kippe kann auch Waldbrand machen. Das sage ich aber. Was soll ich? Ich habe nicht verstanden. Ich soll nach einem EKG kommen? Wieso das denn? Die warten alle schon eine Stunde hier. Ich habe letzte Woche schon ein EKG gehabt. Hat mich überhaupt nicht geholfen. Nein. Ach, mit Belastung. Ne, das habe ich noch nie gehabt. Hör mal, ich muss nach einem Belastungs-EKG. Ich sage immer, man hofft das Schlimmste und ist auf das Beste gefasst. Bis gleich. Applaus